Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Terpel und Tempel, Sie wissen ganz genau, wir werden auch den Anträgen heute nicht zustimmen. Das ist so, wenn man in einer Koalition sitzt und vertragstreu auch ist. Deshalb wird es da auf jeden Fall keine andere Entscheidung auch von uns geben. Ich möchte aber deutlich machen, auf welchem Weg ich mich eigentlich in den letzten drei Jahren befunden habe, mit welchen Fragen ich mich auseinandergesetzt habe und zu welchem Ergebnis ich persönlich da an der Stelle eben auch komme und wofür ich auch werbe. Und man muss sich die Fragen eben auch stellen, warum Handlungsoptionen im Bereich der Cannabispolitik auch notwendig sind. Weil wir wissen, weil trotz Verbotes Millionen von Menschen in Deutschland eben Cannabis konsumieren, weil darunter leider auch viele Jugendliche sind. Weil Cannabis dann entweder verbotenerweise angebaut wird oder es sich die Menschen in Deutschland auf dem Schwarzmarkt besorgen. Und weil diese Menschen keine Kriminellen sind, in der Regel stehen sie fest im Leben, sie erfüllen ihre Aufgabe, belästigen niemanden, bedrängen niemanden und sind sonst wie auch nicht gewalttätig. Kiffer sind halt nicht die langhaarigen Ökos, die mit verfilzter Mähne ungewaschen auf der Couch liegen und sich nicht mehr bewegen können, um den Schauspieler Moritz Bleibtreu zu zitieren, der vor wenigen Tagen eben in der Sonntagsausgabe der Zeitung mit den vier großen Buchstaben dazu auch Stellung bezogen hat. Warum müssen wir eben etwas tun? Weil wir es leider aus meiner Sicht als Gesellschaft zulassen, dass all diese Menschen gedrängt werden, etwas Illegales zu tun und sie sich halb im kriminellen Milieu bewegen. Weil wir es leider zulassen, dass Milliarden an Schwarzgeldern dort generiert werden. Weil allzu deutlich wird, dass wir gesellschaftlich heute viel weiter sind im Umgang mit Drogen und mit Suchterkrankungen. Und weil ich weiß, dass diese Gesellschaft stark und selbstbewusst genug ist und leider Gottes die Menschen alleine lässt, die aber entscheiden könnten, ob sie kiffen wollen oder nicht. Und Moritz Bleibtreu sagt, wie viele Menschen in Deutschland auch, ich zitiere noch mal, ich halte eine Liberalisierung der Cannabis-Politik definitiv für den gesünderen Weg, mit der Droge umzugehen. Ich begrüße daher persönlich alle Diskussionen, die in den einzelnen Bundesländern auch geführt werden, in Städten und Kommunen über Cannabis-Modellprojekte. Dort nämlich tauchen die Probleme auf, die es im Konsum mit Rausch- und Suchtmitteln gibt. Und natürlich haben diese Probleme auch mit Verstoß gegen Rechte und Ordnung zu tun, weil es nicht in Ordnung ist, was heute auf deutschen Schulhöfen und in den dunklen Ecken der Städte passiert. Daher ist es mir wichtig, auch die Grenzen zu benennen, indem wir eben über einen sachgerechten Umgang mit Drogen auch reden. Und deshalb möchte ich über den Umgang reden und nicht über die Freigabe. Sie wollen in Ihrem Antrag auch den Eigenanbau ermöglichen. Und hiervon kann ich nur abraten, weil mit so einem Schritt konterkarieren Sie genau das Teilziel der Prävention. Denn wer sagt dem Konsumenten, wie hoch der THC-Gehalt seiner Pflanze ist? Wer sagt dem Konsumenten, wie hoch der Schadstoffgehalt seiner Pflanze ist? Die Gesundheitsgefahren, die wir mit einer regulierten Abgabe zu minimieren versuchen, würden hierdurch wieder erhöht werden. Drogen am Steuer. Auch hier teile ich, dass Verbesserungen nötig sind, ganz klar. Es darf nicht sein, dass das bloße Mitführen von geringen Mengen einer berauschenden Substanz, wie zum Beispiel Cannabis, zum Verlust der Fahrerlaubnis führt. Alkohol am Steuer aber mit Grenzwert versehen wird. Trotzdem sehe ich auch dort in Ihrem Antrag die Ausweitung auf alle Suchtstopfe eher problematisch an. Das wirft noch weitere nicht zu lösende juristische und ordnungspolitische Fragen auf. Deshalb, wie gehen wir mit diesem Antrag um, mit beiden Anträgen auch um? Wir werden heute ablehnen. Wir wissen aber ganz genau, Anträge brauchen Mehrheiten, gesellschaftliche Mehrheiten. Und diese notwendigen Mehrheiten führt man eben nicht herbei, indem man permanent immer das Gleiche dann auch vorliegt und wir uns immer permanent über das Gleiche auch unterhalten müssen. Ich plädiere eher dafür, diese Aufbruchstimmung, die wir in den Städten und in den Kommunen auch tatsächlich haben, dass wir diese nutzen, dass wir dort Voraussetzungen schaffen, damit wir auf Bundesebene in der nächsten Legislaturperiode die notwendigen Voraussetzungen eben auch schaffen können, dass diese Modellprojekte auf den Weg gebracht werden können. Wir sollten auch gleichzeitig den Austausch mit den Bundesländern suchen, um neue Wege in der Drogenpolitik eben zu gehen. Und ich denke, dass wir diesen Punkt auch hier ganz klar benennen müssen. Es ist nicht nur die Bundesseite, die dort liefern kann. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die Bundesländer ihrerseits ihren Einfluss über die Länderkammer gelten machen können. Sie haben in den letzten Jahren feststellen können, dass die Große Koalition eben einige wichtige drogenpolitische Entscheidungen getroffen hat. Meine Kollegin Emmi Zöllner hat das eben genannt. Wir haben in dem Bereich viel getan, was wir auch vereinbart haben. Cannabis als Medizin, neue psychoaktive Substanzen oder die Verordnung eben auch zur Substitutionstherapie haben wir mit auf den Weg gebracht. Drogenpolitik eignet sich aus meiner Sicht nicht einseitig für Wahlkampfzwecke, sondern wir müssen ernsthaft und vernünftig über die Folgen vom missbräuchlichen Umgang mit Drogen auch reden. Und ich denke, ich bin an der Stelle recht unverdächtig auch, dass ich mich neuen Ansätzen eben beispielsweise Modellprojekte auch nicht versperre. Bei den vielen Gesprächen, die wir teilweise gemeinsam geführt haben im In- und Ausland, hat sich bei mir die Einschätzung verfestigt, dass ein Umdenken an der Frage sinnvoll und nötig wäre. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das in der nächsten Legislaturperiode auch schaffen werden. Ich möchte noch einen Staatsrechtler zitieren, Gustav Radbruch der Weimarer Republik schon, ein Rechtspolitiker der Sozialdemokratie. Und er sagte, in der deutschen Politik geschieht das Vernünftige nicht, weil es vernünftig ist, sondern erst, wenn gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als das Vernünftige zu tun. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Tine Sorge, CDU-CSU-Fraktion.